Lüscher Gastroplanung, Gastronomie-Generalplanung auf hohem Niveau. Gute Planung umfasst die Wünsche des Gastes, die Anforderungen der Kreativen in der Küche, die Prozesse und Arbeitswege, die bauliche Geschichte des Hauses sowie hohe Hygiene- und Qualitätsstandards. Eine Küche lebt, atmet und funktioniert stets innerhalb eines komplexen Betriebes. Den Gesamtzusammenhang zu begreifen, die Raumanordnung zu optimieren und auf Wunsch wertsteigende Korrekturen an der bestehenden Bausubstanz vorzunehmen, ist das, was wir unter gekonnter Generalplanung verstehen. Lüscher Gastroplanung hat nicht nur unsere Wünsche und Bedürfnisse verstanden, sie hat sich auch intensiv mit der gesamten Gebäudestruktur auseinandergesetzt. Als Resultat einer intelligenten Generalplanung haben wir eine Hutsche überkauft, die wir stolz sein können. Zwei zusätzliche Gästezimmer und eine haustechnische Infrastruktur, die nur noch einen Bruchteil des frühen Platzbedarfs in Anspruch nimmt. Für Gastroplanung und Generalplanung kann ich das Unternehmen wärmstens empfehlen. Lüscher Gastroplanung Seit 2003 ein Unternehmen mit Sitz in Oftringen im Kanton Aargau. Wir verfügen über zwei Jahrzehnte Planererfahrung. Als gut eingespieltes Team von Gastrofachplanern, Bauzeichnern und Haustechnikplanern realisieren wir ihr individuelles Küchenkonzept. Dabei kontrollieren wir alle Stufen der Planung. Vorstudie, Vorprojekt, Projekt und Ausschreibung. Wir überwachen die Ausführung und den Abschluss. Da wir für alle Projekte von Anfang bis Schluss die volle Verantwortung übernehmen, offerieren wir genauso seriös, wie wir abrechnen. Lüscher Gastroplanung Gastronomie-Generalplanung auf hohem Niveau A canoe A canoe A canoe A canoe A każ deeper